Alex? Ja? Warum hast du AP-Routen drinne? Weil ich Magier bin. Nein, Jorik ist AD. Einmal mehr hallo zu einem weiteren 3 gegen 3 im wunderschönen Wald. Wir schauen mal, was uns heute wieder erwartet. Vielleicht wird er wenig gecarried, vielleicht wird er wenig gefeedet. Wir werden neue Champions ausprobieren heute. Ja, wir probieren direkt neue Champions aus. Wir werden heute neue Champions ausprobieren. Dann nehme ich das Tana. Wenn du das so ansagst, dann machen wir mal direkt was Neues, würde ich sagen. Da ist Maria. Alter, was ist das dann ernst? Wir spielen heute neue Champs, Kinder. Viel Spaß dabei. Du spielst neue Champs. Okay, dann schwisch auch Verrücktes. Äh, 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 ähh, ähhhhh, Evelyn. Sehr komisch. Ich nehme mal ein Heal mit. Ich hab vorhin, irgendwie, setz mal X zu 1. Alter, wie soll man denn den Jorik toppen, man. Den spielt im 5er schon keiner. Alter, jetzt hab ich jetzt schon mal nicht wählen können, wer ist Hylian oder sowas. Hylian Jungle. Also Jonas, von dir bin ich ein bisschen enttäuscht, ne, jetzt mit der Trastana, das find ich nicht gut. Oh, da hab ich ja auch jetzt gesehen. Und ist das jetzt really hier ein Battle, oder was? Jetzt zeigt sich, wer die Bessere ist. Jetzt zeigt sich, dass Ignite Heal countet. Wer weiß es? Keiner? Staub? Jeder, jeder, weil die Knall die Heilung verringert. Du verringert die die Fee, oder was? Geht schon. Solang's die Maximum-Faße nicht geringert, das ist in Ordnung. Man, das hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Wurst hat zwei. Alex, stellst du mir ein Golem, ein Ghoul? Muss ich? Mhm. Okay. Ähm, Alex? Ja? Warum hast du AP-Rooten drinne? Weil ich Magier bin. Nein. Jorik ist AD. Oh, dann geh ich. Zum größten Teil alt AD, ja. Ich hab die Tank-Rooten drin, übrigens. Nein, mein W macht AP-Damage. Das W macht aber kein Damage. Du machst mit alles ralliert auf AD, außer das W, aber das W ist nur zum Slown. Du machst mit dem E da einen Damage und der heilt dich auch die ganze Zeit. Du hast jetzt AP und bist für den Sack. Die Runen machen der nichts aus. Nein, die 15 AP. Einen weniger als ich und ich geh full AP. Ich hab gesagt, wir probieren... Hört mir nicht zu. Ja, wir müssen das nicht... Du hast gesagt, neue Champions. Du hast nicht gesagt, wir Trollen auch noch mit den neuen Champions. Ah, gut. Okay. Ich weiß genau, wie es ausgeht. Er steht bitte gegen den Golem oder so, aber diesmal gegen den Kleinen von den beiden. Diesmal packt er den Groh und der Kleine gibt ihm. Pass auf, dass ich dir deine Golems-Crash nicht wegnehme. Mit dem Ghoul. Weißt du, wie schnell der Ghoul jetzt wo du es findet, da steht? Boah, nicht schon wieder gegen Asien. Wieso muss ich immer gegen Asien schwingen? Ich würde lieber gegen den Tristan und dann in den Müller denn gefickt werden? Das wäre ja peinlich. Eigentlich müsste ich ja auch noch, ne? Als selbsternanter Tristan-Armeen? Naja, so ist das halt, ne? Ei. Und a priori, alles noch Roger auf der Top. Naja, ich bin fast tollig. Ist ein Hard-Counter zu allem, was irgendwie ein Nagel-Fernkampf ist. Jetzt bin ich einfach nur am Sterben, mehr mache ich nicht. Das ist eigentlich auch okay. Das hast du schon das Öfteren bewiesen, dass das auf jeden Fall läuft. Das ist effizient. Ich komme mal von hinten dran. Ja, du hast bestimmt ihren Sprung erst auf Level 3, oder? Setz mal den verlangsamen Skull drauf. Habe ich gerade nicht. Vier Sekunden. Jetzt habe ich ihn. Boah, der endet ziemlich gut. So, der hat mal kurz Thunderlords geprockt. Alter, wie kann der schon Level 3 sein? Das Tana kann Flash mehr. Nice. Also, der hier unten wäre Gangbar auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Der one-shotet mich jetzt, denke ich. Ist doch worse. Ah, der steht hier oben. Ja, der hat den Braten gerochen. Das Leben entbleibt. Knallt ist raus hier unten. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Also, wir können ja auch nicht beide sacken, oder? Ja, ich meine, einer macht es ja schon auf der Top. Der kriegt ja schon die Auswahl nicht mal richtig hin von den Champions. Ich weiß nicht mal, was ein Champion kann. Das stimmt. Richtig an. Ich probiere ein neues aus. Lass ihn in Ruhe. Genau, ich probiere ein neues aus. Hellfight ist aber auch ein guter Name, Arsch. Was mache ich auf dem? Bis vor Level 6. Was kriege ich bei Jorik zuerst? Das ist das E. Also, den roten Ghoul voll. Okay. Ja, das, wo dir Leben gibt, ist das, ne? Ja. Ich hatte der Grüne geblieben. Nein, der Grüne ist low. Okay. Alex. Ja? Wenn wir das gewinnen, dann soll ich dich... Ich weiß nicht, wovon du hilfst. Ich fand auch noch nie, dass in einem 3er 2 Tristana nebeneinander waren. Das hatte ich auch noch nicht topwählt. Ich finde hier eine immer schon useless. Ey, der will mal ein Altar nehmen. Die Fotze. Der will einfach mal ein Altar nehmen. So, nicht Schlampe. Verpiss dich, Fotze. So, hier dann. Ah, rennt ja weg. Oh, Mann, ich könnte nur mal ein Cookie geboren, ich habe aber keine. Diese Kack-Krieger von dem Arsch. Ich habe gleich Ult. Ja, ich bin aber auch gleich Ult noch ein Minion. Tatsache, jetzt habe ich sie. Also, ich kann... Wow, 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 wow. Ja, ich habe auch gerade gerade Landerlots abbekommen. Also, die müssen wir irgendwie auch nicht bringen. Komm mal runter, jetzt. Tristy ist noch hier oben. Der hat daneben geholtert. Tatsache. Der hat daneben geholtert mit Malfa. Alter, ich glaube, du... Ach, Alter. Ich liebe es denn... Vor allem, wenn Malfa daneben ultet, dann geschieht einfach so nichts. Das ist so geil. Danach ist einfach useless as fuck, Mann. Alter, ich habe ihn einfach am Ende einfach mit der Ult weggestrahlt, so gewartet, dass es noch reicht. Das Turner fehlt, hopp. Und der Tau ist auch gut. Geh mal so ein bisschen drauf, geh mal ein bisschen drauf. Ich glaube, ich meine... Verlangsamungskool drauf. Und dann deinen normalen. Gleich, 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 gleich. Jetzt habe ich Verlangsamungskool. Ja, gleich. Die läuft hier runter gerade. Das ist wie ein Fahrschuler. Der Ghoul hat Cooldown, Alter. Das soll ich machen? Ich kann mir leider keine Guts aus dem Arsch ziehen. Ich glaube, ich bin auch wenig Cooldown. Ja, aber ich habe ihn gerade eingesetzt gehabt. Der Rote ist laut nicht. Ja, aber du sollst ja auch beide drauf machen. Ja, aber der Grüne hat Cooldown. Der Grüne hat Cooldown. Du brauchst nur ein bisschen Damage. Für die Tristana da oben bist du eine Nummer zu groß, oder? Was? Na ja, sie kann nicht viel machen, aber ich halt auch nicht. Ich bin voll und nur noch zu grün. Aber du baust jetzt AD, oder? Nee. Ich wollte jetzt das Crystal-Zepter bauen und dann kot. Doch nicht. Ich bin sauschnell. Du warst gerade echt Flux unterwegs. Das ist mein W-erhöht Lauftempo um 30%. Okay. Wirklich? Wirklich die Ult statt einer Auto-Attack? Ja, ich habe gerade nicht gedacht, dass ich so viel Damage gemacht hätte. Und hat dann schon irgendwie voll auf mein Aire gehammert, weil ich einfach, ich wollte den Kill, weißt du? Ja, du bist doch geflasht. Ja, ich habe den Auto-Trick jetzt auch getan. Warte, Alex, ich habe einen 8 Sekunden Ultra, gibt's den Counter-Gang. Ich dachte, dass er nicht läuft sind. Wo läuft der denn? Oh, wow, macht der ein Damage. Ganz schön krass. Weil vielleicht wieder runterkommt, scheinlich. Hier ist Lalf halt. Hier ist Lalf halt. Das Tana fehlt hier oben. Ja. Das Tana kommt runter. Ja, ich habe es gesehen. Ja, gibt er. Oha, Fred. Das ging mir. Oh, Alex, und du läuft einfach zu dir. Und du farmst da ganz langsam. Das haben die Minions. Ich bin der Ory. Hier, Sieben-Schläfer, elf mal. Sieben-Schläfer? Alter, was ist denn mit dir los, Mann? Alter, die läuft hier mit 4% Leben lang. Und du trödelst da oben rum und farmst paar Minions. Alter, Mann. Urteile mich nicht. Ja, Alex. Die kommt doch um die End, ne? Ihr seht mich nicht, ich bin unsichtbar. Die zielt auf dich, guck. Ich pushe jetzt einfach die Minions rein, dann liven wir die einfach kaputt. Wenn sie springen kann, ist mir egal. Oh, wow. Ist das ne Frechheit. Wow. Ja, die ist doch schon tot. Jetzt ist sie tot, ja. Alter. Was ist denn mit dir falsch? Ich spiel die Oryx. Lass mich in Ruhe. Alter. Da haben wir es wieder, das. Du spielst ja so eine Behinderung zusammen. Das muss am Tag fliegen. Du spielst ja so eine Behinderung zusammen. Wegen sind habe ich Spaß am Spiel. Du probierst neue Sachen aus. Ja, naja. Ja. Schlecht wird's da einem. Aus. Aus, sagst du doch. Alter, alter. Oh, wow. Ich bin tot. Du Arsch, du gehst nirgends wo hin. Noch eine Ehe und ich hätte ihn tot. Noch eine Ehe, ich komme nicht dran. Oh, fuck. Hab ich mich auch gerade gut verschätzt. Komm schon. Ach, Mann, ey. Mann, wer hat mir den Yorick eingeloggt? Welcher Wichser. Alter, vor allem, wer nimmt ab Heron mit Yorick, Mann. Dann lächelt ich seinen Champ, Mann. Nein. Alter, der Farber hätte nach 10 Minuten so 7 Farben gegen dich haben müssen, normalerweise. Also man setzt einfach immer das E drauf, sobald er kommt. E, E, E. Nächstes Mal gebe ich ihm mehr Mühe mit Yorick, versprochen. Er sieht normalerweise nicht mal den Farben. Und wir müssen es wieder richten, weißt du? So ist es. Du passt für euer Geld. Welches Geld? Tja, das ist doch kein. So, jetzt lesen wir doch erstmal, was wir eine Fähigkeiten machen. Für jeden groben Fehler zahlt man jetzt 50 Cent. In die Portokasse. So, das ist Rassenschwein, oder was? Dann renziert sich das noch, ja. Alex macht uns zum Millionär. Niemals. Okay. Fred macht mindestens so viele Fehler, wie ich da bin, ich bin sicher. Ich? Ja, du. Also der hat noch nicht a peore gar inbelockt. So sieht es nämlich aus. Ich weiß ja noch nicht, was gut ist. Ich weiß, was es nicht ist. Ich spiele nur mit meiner Rumble, ey, ohne Mist. Ups, Alter, ich habe Freunde hier oben. Drei Stück um dazu sein. Und macht ihr aber viel Schaden, Jungs. Top waren drei, gehen jetzt aber runter scheinbar. Rät auch nicht, sind noch hier. Wir wollen doch schon mal einen Tower. Was ist da? Ach, ich gebe ihr den Kopf ein, ey. Hier oben fehlt alles, worum wir sie in sind. Hier, die Tristanas, die machen hier das Match, oder was? Das wäre Wahnsinn. Jetzt die noch ein. Mein laner ist weg. Meiner nicht. Boop! Schön weggefeuert, die alte. Ich bin ein Wiedergänger, ich gehe mal B. Ach, fuck, ich bin tot. Na ja. Gute Wiedergänger. Traum auf der Fähigkeit. Ich hole mal, Alter. Dann habe ich dir schon vorgeschwächt, den Alter. Ich wünsche, dass du den allein verdient. So, die Träne ist jetzt über Hälfte gestackt. Das langt eigentlich. Machen wir mal ein Amuno draus. Und jetzt noch ein bisschen. Den, äh, Damage. Tank wäre nicht verkehrt. Okay, zum Glück habe ich Tank gekauft. Alter, fuck money! Wird nicht so laut. Machst du den Mädchen angst. Okay. Welchen Mädchen? Tja. Du werdest schon so lange keine mehr gesehen hast. Huhuhuh. Tu doch auch. Oh fuck. Das ist bei mir, äh, sehr, 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 sehr. Leider, Noob. Ey, kein Redog, ey? Bitte, er ist auch kein Noob, er ist ein Nerd Na, also bitte Wenn, dann schon richtig Ich züge mich Halt ihn noch ein bisschen hin Okay Hä, was? Ach, der Alex Ich hab gedacht, du meinst die Ich hab mich die ganze Zeit anschießen lassen, damit die nicht wegläuft Nein, nein, ich hab den Alex gemeint, ja Dann konnte ich jetzt schön gerade den Double Kill machen Du hast gesagt, halt die noch ein bisschen hin Asi ist ein Kerl, Malfight ist ein Stein Ich hab glaube ich gesagt, der Halt die noch ein bisschen hin Der Alex hatte die Ich hab's richtig verstanden, gehabt Wir sind mit der eigenen von uns Ja, der Alex hatte erst mit seinen Frauenbattle Dann hat er schnell gemerkt, dass er das nicht gewinnen kann Ja, ich hab zu viele AP, es geht nicht, ich brauche AD-Ruhen Aber der Champ ist okay, der Champ ist interessant Werde öfters gespielt, genau wie Sion jetzt Spielst du nur noch untote Champions oder Champions mit untoten Skins? Das ist doch mal ein schöner Plan Richtig schön Freut mich richtig, völlig Okay Asi hat seine Ult auf den komischen Tower eingesetzt Ich weiß nicht wieso, aber Das macht er die ganze Zeit Ich meine auf der anderen Seite Wieso auch nicht, man Aber man könnte natürlich auch benutzen, wenn wir in dem Tower kämpfen Aber nicht, wenn wir jetzt im Jungle farmen Aber gut Jaja, der findet das halt sexy Schön ult Schön ult Du hast geultet Jonas, geh wieder rein Hä? Ich hab dich doch geultet Okay, mein Ult hat nicht funktioniert Das war ganz merkwürdig dann Stark, auf jeden Fall Ganz gut, dass ihr Speil in die Mayfall-Rude gestellt habt Ja, mir machten wir ja nichts aus Ja, das lief grad Ja, das war grad sowas von behindert Nächste Runde Ach, Mann Abtörn Wer ist denn da der Gefährlichere, der AW oder der AT-Spast? Eigentlich keine Du musst einfach nur aufpassen, dass der Fred zu Schinter stellt So ist der Fred halt One-Shot Als ADC Marmes Fred Du kannst wieder springen Da hat's wieder zu lang gedauert Fuck Der eine Gegner ist linker Hoden Und der Mailweit ist der rechte Hoden Streit durch Wir spielen also gerade gegen zwei Hoden und noch irgendwas anderes Sehr schön Ihr habt hier die Hoden ausgeschaltet Jungs, ich bin schluss auf euch Danke Oh, also diese 15 AP, die machen sich echt bemerkbar beim Wave-Kleer mit meinem grünen Gold Oh, oh, da komm hier Ja, ja, okay, der Typ Die Scheiße sind immer noch schön, die du durch willst Komm, schau, das sind nur die Hoden, die machen später nichts mehr aus Alter, das kommt doch gar nicht auf die Hoden gerade Am Anfang, du hättest die einfach so zerstören können mit AD Nein, Domi, lass ihn im Sand glauben Ich hab die Träne gebaut, das stand am Polen Ja, Lobo ist die am Polen Mit AD Nicht mit AP, Mann Ich bin doch AD jetzt Weil Mastery ist sowieso Tank, also von daher Nur meine Runen sind tatsächlich betroffen davon Welche Mastery ist denn Tank mit 18 Punkten mit Thunderlord? Oh, weg hier Alter, das war ja gerade richtig lustig, Mann Schön mit seiner Ultra hat er mich weggehauen Ach, drückende Trissana kommt dann richtig, dann bist du raus, okay Tschüss Yorick, du alter Feeder Maul Ich bin nur noch an meinen Champion gewöhnen, ja Bei mir sind beide Melfall kommt, Melfall kommt, geht ein bisschen auseinander Also hier ist sowas von zerrobt worden Aua, 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 Aua Machen wir das eigentlich? Weiß nicht, ein bisschen Damage auf dem Tower Vor allem, wieso habe ich nur 44 Schaden gegen den Tower gemacht? Weiß nicht Der ist okay Kann doch gar nicht sein Kann doch gar nicht sein Das Tana kommt, dann machen wir uns doch schneller Yuuu 586 Movement Speed Ich geh mal shoppen Geil, ich finde es gut, dass du meinen Jungle noch gefarmt hast Ich wusste, dass du das sagst, aber irgendwie konnte ich es gerade nicht lassen Ja, ist voll gut, weil ich uns nicht verbinde, bei uns ist voll auf die Lanes zu gehen Ja, ich weiß Äh, was kauf ich denn jetzt? Achso, das da Das kaufe ich jetzt noch Bisschen Rüstungserstreng, damit sie noch schneller rumfallen Ich habe keinen Lost Dead bekommen Oh, da hat er wieder daneben gesitzt, da drehst du wieder durch I don't like this, I don't like this Flash Oh, wow, oh, wow, die ist mit der her gesprungen, die Schlampe, mit dem Flash Achtung Ich komme von unten, Fred Ja Mit Esprit Schieß ihn an Geh ihm nicht den Altar Gib ihm nicht den Altar Nice, weggeschossen Oh, fuck man, ich bin zu schnell umgegangen Wo läuft der nur hin? Exekutest du dich, oder? Nee Du? Nee, ich bin gar nichts reingegangen Frechheit Das war wie geil Where is she? Oh man, fuck Ich bin in Manamune bald mal voll Weißt du, was der Trick ist an Manamune? Nein Das steckt schneller, wenn man es nicht ausfällt Ja, aber der Damage Du willst damit sagen, dass er bis jetzt alles richtig im Spiel gemacht hat? Bis jetzt ist alles gut, ja Warte mal, bis mein Stab der Erzengel fertig ist, ja Und mein Kristallsept, der Damage ist der Richtige Ich kann es kaum erwarten, Alex Von NAP, Gott, dann Where are they? Warte, ich schreibe, ich glaube Oh mein Gott, ich bin aufgedeckt Ich schnapp mir beide Ich schnapp mir beide Ich schnapp mir beide Ich schnapp mir beide LOL, der kommt auch nochmal wieder Ah, schade Oh, hat der mich noch gemacht Man, die Kuh ging nicht mehr durch Schade, schade, schade Ja, der hat die Ult noch ganz gut durchgebracht, die Sau Ja Ich hab eigentlich gedacht, der So, Morawanda ist fertig Oh egal, was brauche ich jetzt? Bisschen davon. Ja, ich war auch gerade so richtig im Blutrausch irgendwie. Ich wollte nicht zurück. Ich bräuchte mal zu weit einen Bildschirm. Der Melfat hat auch gerade eben gedacht, er wäre unbesiegbar. Ja, fuck, ich hab den Asi zu spät gesehen, ne? Ich hab das schon ins Ecklausen gesehen. Ich hab ein bisschen mehr Live-Reck, hab ich. Ja, kauf nach Last Whisper mal irgendwas mit Live-Spiel. Blade, oder wo der Blutklinge kommt. Ja, ich kauf Blade. Ich bin zwar kein Fan von der Blutklinge, aber ist halt besser als nix. Bisschen. Achtung. Hi. Bleib weg von mir, damit er sich auf uns beiloten kann. Ja, ich hab auch gar nicht mehr irgendwann. Ich hab jetzt von eins bis, glaub ich, sechs oder sieben gelernt. Oh wow. Ja. Alter, ich sterb so schnell. Ja. Alex, wen wundert das? Warum wundert das dich nicht? Ich könnte nicht spielen, wie verlieren, Mann. Na. Keine Ahnung. Ja. Dein Champ ist halt einfach useless. Useless? Naja. Ja, das ist ein 1 gegen 1 Champ, Mann. Den spielst du nicht im 3er, wo nur Teamfight sind. Ups, so die zwei hab ich mal schön wegrasiert. Ich finde meine wohl schon sehr schön. Ja, dann müsstest du sie einsetzen. Ja, es bringt nichts, wenn ich zuerst sterbe und sie dann erst einsetze. Ich sterbe zu schnell. Ich werde das Video nachher noch genau anschauen, dann analysieren, wo der Fehler lag. Und jetzt erzähl mir nichts von AP, ich weiß. Ja. Ich kann's mir auch angucken, dann seh ich wahrscheinlich, wie passiv du am Anfang auf der Lane warst. Das eine war geil. Boah. Lol. Nelfer ist hier unten, ne? Nelfer ist hier unten, ne? Man, das geht's doch nicht, Mann. Alter ist der stark, Mann. Uijuiuiuiuiui. Du hast mich ja noch geuldet. Ja, Mann. Nice. Ach kommt, ich kann das nicht stellen. Da ist keiner mehr drin, wir haben alle geuldet. Und setzt immer die Gule hin, setz die Gule hin. Ich kann nur einen rufen, Leute. Na stimmt. Die anderen gehen nur gegen Minden Egal Setz'n Ghoul Du schaffst in Dauer Fast noch 20 Sekunden, ja? Hol noch den Altar am besten Hol den Altar noch Ne, bruch noch ein bisschen aufm Innip Setz'n Ghoul hin Noch'n Ghoul Ok, die greifen keine Gebiete Hä, warum greift der Rote nicht an? Kein Bock Jetzt solltest du weggehen, Malfight kommt rein Jetzt kannst du ein Altar holen, der muss eh deffen I'm on it, my lord Ich gehe hoch auf die Top und Schredder mal den Turm weg Und Tristana Schaff' ich das? Schaff' ich das? Schaff' ich das? Schaff' ich das? Ich laufliebe Merket euch, ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern An den AP, Yorick Mori Ja, genau Oder an den normalen? Nein, nein, an den AP Der normal ist ja für Kinder Hört ihr auf mich einzugreifen, was ist das los mit euch? Dann spielt ihr mit eurer Mutti, nicht mit mir So Jetzt ist mein Harley Eishandschuhe fertig, jetzt bauen wir noch eine schöne kleine Geistessicht Juuu Mein Tankiness Baby Oh fuck Fuck, überlebe ich das? Ne Ich bin tot Mann, ey Boy Das ist ein Bullshit schon wieder Oh wow Ja Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen Schredder hin Nope Wir müssen jetzt unbedingt zusammen rumlaufen Ja man Und ich darf nicht als erstes reingehen Nee, lass mir entweder Dominik oder mich rein Ich bin als erstes rein Hab die Asi-Ult voll in die Fresse bekommen Absolut geil Hier unten Was ist da? Der kommt hoch, pass auf Boah, das ist der Tower Oh fuck Komm, wir dive'n, Fred Fred, ich bin drin Ja, ja, ja Tower down Hier ist das Tana drin Die kommt Sehr schön Oh, hat mir noch gegeben Oh fuck Fuck, du bist der Totsche Also ich versuche jetzt einfach durchzupushen Ich mach den Innebunden kaputt 4 und 2 Sekunden sollte reichen Er ist so low Bist du schon scheiß Geister, lass mich in Ruhe Komische Fliegen da Lauft weiter meine Minions Zeit ist Geld Und wir haben weh denn noch Und das ist richtig Mach nur ein Innebunden, Fred Das ist nur Asien, der ist unten bei Alex Hier läuft er Schleißen, der ist Okay Alter, ich hab mal eh nicht draufbekommen Ach, das war auch so schlecht Der erste Doppelschlag hat dir weh getan auf jeden Fall Ja, vor allem, ich hab eigentlich eh draufgedrückt Aber irgendwie ist es nicht ausgelöst Deshalb hat der halt auch nicht diese Bombe drauf gehabt Sonst wär der im Nachhinein noch in den Sack gegangen Tja, das Leben ist hart Ja, so ist das, ne? Ich bin jetzt Fullbild auf jeden Fall Hallo, oben Ich komm hoch Ich komm hoch Ich komm hoch Tristan und ich, wir haben genau gleich viel Gefahren Ich sprich nicht für sie So, wir machen's Monster Jo Ja, das geht runter wie Puder auf jeden Fall Wartung, die sind hinter uns Ja, wir können fighten Ich mach den Ich mach den Ich mach den Dann mach den Klon auf den Jonas Und dann kann der voll drauf Die ist tot Jonas, du bist geklont, wenn du stirbst Ist egal, geh einfach rein Was hab ich gerade gesagt? Oh so Ich hab nicht gesagt Laufende Lebenslampe Oh wow, war das schlecht Das Lautergeist denkt, wenn der den berührt einfach nur? Genau Nice, gut gemacht, gerade noch so Wenigstens stehe er weg Uah, nicht tanken Das dürfte es eigentlich gewesen sein Gute Theorie, ja Ein paar Beeren geschreddert Schöner Fleisch Danke GG GG Und so carriert man als AP Jorik Alter, easy Ich hab mir nicht mal Mühe gegeben, weißt? Ich wusste einfach, dass wir so dominieren Da hab ich einfach mal AP gebaut am Anfang, ja? 4-8 Das war richtig das Tristana vs. Battle Mann, 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 Mann So, und jetzt wo wir alle mal gelernt haben, wie man Jorik auf AP spielt Verabschiedet sich die Alunkenbande für ein baldiges erneutes Let's Play Auf Wiedersehen Mit AP Jorik Ja Tschö, tschö Das war richtig, tschö